Also unser Projekt heißt Torify und der besteht aus... Also unser Projekt heißt Torify und das besteht aus einem Raspberry Pi als WLAN-Access-Point mit Tor-Routing. Außerdem besitzt er eine eigene Web-Konfiguration mit einem Web-Server und man kann neue Circuits immer wieder über die Web-Oberfläche erstellen. Also man kann ohne Tor-Software anonym im Internet surfen. Hier haben wir ein Web-Interface, also die Web-Konfiguration von unserem Torify. Da kann man sozusagen den Netzwerknamen für unser Torify erstellen und dann anschließend noch ein Passwort dafür festlegen. Wir nutzen Host-APD für den Hotspot und DNS-Mask für das DHCP. Wir hatten da auch einige Probleme, zum Beispiel hatten wir verschiedene Wi-Fi-Module und haben dann auch verschiedene Treiberversuche, die dann aber auch nicht funktioniert haben. Und das Konzept wäre ganz einfach gewesen und wir wollen das jetzt auf GitHub nochmal weiterführen, das Projekt. Das Projekt, das es auch anschließend beendet werden kann, benutzt werden kann. Vielen Dank.